Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Happy Hour von Portal 2. Ihr seht da ein bisschen Bunging-mäßig den Teichchef rumhüpfen. Wir bangen beide, glaube ich, etwas, oder? Ja, etwas. Er lacht sich kaputt, er lacht sich kaputt. Immer wieder den Kopfklauen. Ich dachte, voll ihn ja ja. Also, wie ihr merkt, sind wir mit dem Teichchef wieder unterwegs bei Portal 2 und wir sind jetzt bei Shadow's House of... Das konnte ich leider nicht weiterlesen. Ups, völlig gone. Arschloch. Also, wir sind in Shadow's House of Horrors. Das erwartet uns auch hier alles. Ja, eine Menge. Und dann wollen wir mal hier rein. Und hier sieht's scheiße aus. Da müssen wir rein. Wie kommen wir denn da hin? Gar nicht. Ja, das war's dann auch schon wieder hier mit dem Let's Play. Sicher? Nein. Hast du auch gedrückt? E. Ach, E war das, ja. Oh. Ich links. Boah, Alter, ich back grad richtig. Was hast du gesagt? Links. Ja. Ja. Also, für mich ist die Reise beendet. Wieso? Weil du da hinten erst irgendeinen Scheiß aktivieren musst, dann würde ich hier durchkommen. Ah, jetzt weiß ich, was ich aktivieren muss. Zack. Ja, das ist ja gut. Dann sehen Sie das jetzt gerade erst mal von mir aus. Tja, bei mir ist aber nichts passiert. Ja, dauert noch. Dauert. Aha. Ah, warte, das ist falsch. Äh, ich Idiot. Und schiss. Wieder rüberfliegen. Hast du gedacht, ach komm, ich töte mich mal eine Runde? Nein. Komm ich da ran? Ich komme mal zu dir. Komm ich ran? Wie willst du denn zu mir kommen? Ah. Geht gar nicht. Äh, kannst du nicht noch irgendwas aktivieren hier? Mal kurz gucken, ob hier draußen irgendwas ist, das ich aktivieren könnte. Weil ich komme nirgendwo hin. Moment. Natürlich kann ich jetzt zwar ein Portal setzen, äh, ja, das war's. Aber. Ja, also meine Aufgabe ist, wenn es. Warte, kommst, kannst du rüberkommen? Siehst du so einen Strahl? Ja, den sehe ich. Auf der anderen Seite, was ist denn auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite fällt der Ball immer runter. Nein, bei dir auf der anderen Seite. Dreh dich mal um. Was ist denn da? Ach so. Ach so. Ja, dann musst du doch zu mir runterspringen. Ja? Ja, und wenn nicht, dann tötest du dich einfach. Ciao, Animal. Gut, wie folgt. Jetzt geh doch da rüber, du kleiner. So, ich hol den Ball und schicken dir, ja? Geht nicht. Kriegst du nicht. Du musst nach oben. Ich hab dir doch ein paar Teile dahingesetzt. Bewege deinen Arsch in den Tunnel. Und, ah ja, du lebst noch, gut. Ja, nun muss ich auf der Seite hier bleiben. Ja, du hast doch jetzt ein Portal dahin. Ach. Du musst das Portal, warte, ich hau dann das Portal woanders hin, ja? Warte, ich suche eben eine Plattform. Äh, bleib. Ja, bleib ich ja. Ich hätte nämlich gern, dass du den Strahl anders herum lenkst. Wieso das? Darum. Oder? War das jetzt richtig? Nee, du musst erst da durch. Ich hol ihn wieder zurück. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Mach. Alter. Wie willst du da jetzt durch? Ich? Gar nicht. Ach, hast du da oben das Portal gelassen. Okay. Ja, dann kannst du jetzt rüberkommen. Spring. Und ich glaube, jetzt können wir hier... Warte. Warte. Ich setze das Portal. Perfekt. Da, pack die Kugel rein. Spring aber nicht selber rein. Ja. Das war... Eleganz pur. Äh, kann man wieder zurückspringen irgendwie? Kommen wir da nicht dran? Moment noch. Warte, warte, hüpf mal durch. Hüpf mal durch. Aber ich dachte gerade, ich könnte vielleicht die Kugel hoch... ... Hüpf mal durch. ...hüpf mal durch. Und ich... ...hüpf mal durch. Naja. Hüpf mal durch. Gut, leg die mal irgendwo hin Hier, das bringt es dir jetzt auch, ne? Ich hole dich eben wieder zurück Oh, scheiße, jetzt aber die Kugel Ja, deswegen lass mich runter Mach dir mal da oben ein Portal hin Du hättest dir da oben ein Portal hin machen müssen Ey, das nervt gerade Du musst dir hier unten ein Portal hin machen bei mir Warte, ich hatte eigentlich vorgehabt Nein, 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 komm mal hoch, komm mal hoch Den Ball kann ich ja gleich zurückholen Und wenn du jetzt da bist, dann schießt ihr da Schießt ihr im Portal hin Das meint ihr deaktiviert, ne? Ja Moment, die Kugel ist unterwegs Warte, jetzt müsste sie eigentlich perfekt drauf landen, die Kugel Äh, nein Doch, pass auf, die landet perfekt drauf Okay Spring hoch, warte Du musst hoch springen und die Kugel vor der Kugel sein Äh, ich würde gern hier weg Warte, du kommst ja jetzt zurück Dann springst du gleich aus dem Strahl raus Nein Jetzt, Alter, jetzt hast du die ganze Arbeit wieder kaputt gemacht Oder hast du jetzt da ein paar Tage und kannst da durchhippen Hüpp durch Oh, voll auf die Fresse So, und was haben wir jetzt davon, dass wir jetzt dieses Ding hier aktiviert haben Was haben wir jetzt davon? Äh, keine Ahnung, aber kommt man irgendwie so zurück? Irgendwie springen oder so? Geht das? Ha, ich hab's Zack Hä? Gedisst du, Bauer Gedisst Hier oben bin ich Meine Portale Geht euch mal ein gelbes Portal durch Gelb Yellow Hi Ah, guck mal, das ist so ein Level Wenn wir ein Level schaffen, wird das nächste geöffnet Ja Da müssen wir jetzt Alter, was ist denn das für ein Raum wieder? Oh, geil, mit unserem Lieblingsspielzeug Ich würde hinter mir weggehen, ne? Ich steh nicht hinter dir Es ist ein bisschen zu hoch, ne? Nein, immer noch nicht Warte, ich mach mal Oh Ah, hier ist ein Sprungfeld Falsch rum Hm Also ich spring da mal eine Runde hier rum, ne? Okay That makes no sense Wie kriegen wir die denn jetzt da aktiviert? Weißt du was hier, da Leck mich Was hast du jetzt grad vor? Was ist da? Was ist jetzt aktiviert? Ich glaube, wir müssen es irgendwie schaffen Hier Was hier? Hier ist das Ding aufgegangen Das ist schon länger offen, du Idiot Ja, wir müssen es irgendwie schaffen Hier die komplette Reihe zu aktivieren Schon mal schneller darüber Ich sag mal kurz deinen Strahl, ne? Warte, warte, warte Hier, 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 hier Geh da durch Nimm das doch durch Nein, nein, nein Da muss der nicht durch Da muss der nicht durch Der muss da hinten durch Alter, das spackt jetzt gerade richtig Absurd Da siehst du, jetzt kommt der Cube drauf Weil hier kommt dann auch gleich irgendwas runter Alter, ich hab auch nur eine Frame Rate von 5 Ist schön, beilte dich Ja, ich muss kurz gucken Da hinten, da hinten muss ich das aktivieren Das musst du bei dir dahinter aktivieren Ja, Alter, das spackt gerade ordentlich Scheiße Was los? Ich seh nicht, was los ist Bei dir spackt es auch, oder? Jetzt ja Hast du ihn? Alter Nein Spring einfach gleich, wenn er kommt Dann hüpfst du kurz vorher Und dann Hüpf Was ist das jetzt für ein Block? Kannst du den irgendwo hinlegen? Aber warte, behalt den mal Alter Ich hätte gerne mal kurz, dass du die Strahlen deaktivierst Nein, 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 nein Warte, warte Jetzt muss ich hier hin Den kann ich nämlich ablegen Jetzt können wir nach unten Jetzt können wir nach unten Das Ding zerstört sich automatisch nach einer gewissen Zeit Okay Nehmen Und laufen Warte, ich komm sofort Ich komm sofort Ist mir egal, was da unten ist Ich spring runter Ja, warte, ich muss ja erstmal den Schalter aktivieren hier Ach, Mann Was ist denn los? Ist aber die jetzt auch kaputt gegangen? Ja, das Ding geht irgendwie automatisch kaputt hier So, also Nochmal Och, Alter Das kotzt mich an hier Ich hab Du hast? Gut Ja Dann leg den mal bitte jetzt da vorne hin Nein, nein, nein Auf welchen? Auf den hinteren, ne? Du sollst ihn hier vorne hinlegen Hier vorne vor diesem Teil da Vor dem Teil da Damit er, und ja, da Damit er es da vorher exkelt Nein, dahinter Andere Seite Da hinlegen, damit das zu ist Aber nicht, dass er wegrennen kann, ne? Moment Ja, was machst du da jetzt? Du sollst ihn vor den Strahlen legen Weißt du, was jetzt passiert ist? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber lass ich den jetzt los Läuft der weg Wobei, das wär eigentlich mal ne Idee Zu gucken, wohin der läuft, oder? Keine Ahnung Ich spring da jetzt runter Äh, ich lass ihn laufen Tschüss Nein, nimm ihn mit Nimm ihn mit Nimm ihn mit Nimm ihn mit Ab Komm mit runter Schnell Ich komm hier an Und das Ding geht kaputt Dann bring den Glaskubus mit Warum nicht? Geht nicht Weil doch dann Die Verbindung weg ist Ja nein, das Tor ist offen Nimm den Kubus weg Nein, das Tor ist zu Nimm mit Ja, ich lauf grad dahin Was sollst du noch offen? All den Glaskubus Ja, den Glaskubus Ja, den Glaskubus Jetzt ist das Ding zu Alter Lenk mich am Arsch All den Glaskubus hab ich jetzt Wart, ich komme So Freunde Wir machen mal kurz Einen kleinen Aufnahme-Cut Wir sind mal wieder Bei unseren 10 Minuten angelangt Bis gleich, Freunde Ciao Bis gleich, tschö So Freunde Wir haben gar nichts vergessen Wieder auf Aufnahme zu drücken So, oben haben wir es jetzt Hingekriegt Das wird jetzt lösen Teilchef, drehe ich mal kurz um Nicht runterspringen So sieht das jetzt aus Ihr müsst vorne Hinten Da, wo ihr den Äh, wo dieser Rote Laserschall runterkommt Falls ihr diese Map mal spielt Haben wir jetzt den Kubus hingelegt Haben uns erst den anderen geschnappt Weil wenn wir den hinteren nehmen Da, wo der Teilchef gerade hinguckt Da, wo der blaue Streier kommt Da kriegen wir diesen Kubus Und jetzt haben wir den Glaskubus Einfach dann umgedreht Der hat dann in das andere Loch Reingestrahlt Und damit ist das Tor dann halt aufgegangen Wo der Teilchef jetzt Feuchtlicherweise runterspringt Und dann sozusagen wieder bei mir ist Tadaa Ui Den Kubus haben wir auch Und den packen wir natürlich Hier rein Und können jetzt spazierend Hier durchgehen Und das Tor ist offen Tai Ja Ach, da stehst du Okay, ähm Dann würde ich sagen Äh Guck ich mir das erstmal von Jova Geronimo Aua Boah Irgend so ein Verhinderter knallt mich ab Hm Spring da mal drauf Nein Warte Wo bist du? Ich bin da oben drauf Ja, dann lauf mal jetzt Zur Mitte Lauf mal dahin Lauf mal Lauf, 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 lauf Dass du auf dem weißen Perfekt stehst Und tschüss Und tschüss Dann lauf mal da rüber Gucken wir natürlich Den Teilchef gespannt immer zu Er drückt jetzt das Knöppchen Zeitbegrenzt Der ist wirklich Zeitbegrenzt Das heißt, ich müsste Auch nach oben Warte Bleib mal da oben stehen Ja, ich drück ihn jetzt Gleich nochmal Okay Das ist eine ganz schön Lange Zeit Weil ich drück ihn jetzt Und will wissen Wie viele Sekunden das sind Bleib da mal stehen Ich komme schon Also die Map Leckt Übelste Nur vier bis fünf Dinge habe ich Ey So, warte Du musst gucken Welchen ich habe Okay, rot muss ich benutzen So, bitte nochmal öffnen Circa 10 Sekunden Okay, das könntest du auch schatten Also aktivieren Und dann laufen Äh, kannst du da hinten Das Portal setzen? Ja, nein Nur wenn du es aktiviert hast Also aktivier Lauf, lauf, lauf Hier gibt es keine Lauftaste Lauf Nein Warte, aktivier nochmal Witzig, ne? Ja Dachte ich mir gerade auch Warte mal, ich habe eine Idee Setz das bitte nochmal hier hin So, du bleibst hier und ich renne durch Achso, das heißt Ich soll dich auch drücken, ja? Warte noch kurz Ähm Ist das da hinten dauerhaft? Das hier, nur wenn ich draufstehe Das heißt, ich muss da sitzen? Hä? Ne, das war jetzt dumm Kann Aktivier du mal die Beiden anderen Portale Das, ne Das mach ich Ja, wo soll das andere jetzt hinpacken? Unten Hä? Und unten links Hab ich doch Du hast ja meins jetzt schon wieder weggemacht Alter, ich check's hier gerade nicht Ja, und wie kommst du dann hier hin? Das bringt jetzt viel, weil wenn du jetzt Du hast jetzt aktiviert, ne? Dann rät sich das wieder Ich bleib hinten lieber drauf Weißt du was, dann Dann lauf ich da hinten hin Ne, warte, ich lauf einmal durch Und danach Gucken wir, dass wir da, ähm Du musst aber die Portale setzen, ne? Nicht ich Du musst die Portale setzen Ja, und das heißt, ich muss Irgendwie da hinten Ne, ne, mach mal, mach mal, mach mal Setz mal dein Portal hier unten Und, äh Da oben Und, äh, da hinten Wenn du den aktiviert hast Muss noch ein Stück rüber Nein, jetzt, so Und jetzt aktivierst du den Schalter Und machst da oben hin Und dann lauf ich eben durch Okay Alter, das macht richtig hier Halbe Zeit weg Drei Viertel weg Eins Tschüss Runter Dann setz bitte erst einmal da oben Äh Was ist das hier? Nein Ich hab sogar markiert Ach, sag doch gleich, dass du da oben meinst Bei mir sah das aus, als wäre die Markierung hier gewesen Und jetzt aktiviere und dann setzt da hin Dann komm ich da nämlich hin Auf jeden Fall Hm Hey, jetzt ist auch erst die halbe Zeit weg Aber wie kommt ich jetzt da hoch? Warte kurz Ich muss mal kurz was gucken Haha, okay Ach du, Herrgott Okay, warte Ich muss jetzt gerade ins Wasser gelaufen Nein, 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 nein Das Wasser Weil bei dir das Bild ist weiß Wenn ich bei dir gucke Ich krieg diesen scheiß Block nicht Ich würd glatt sagen, lass mal tauschen Alter Der kommt zu schnell Jetzt Ich fühl schon wieder so stockdunkel Hö? Ah Deswegen hier Raffiniert Raffiniert Ja, ich guck dir gerade gespannt zu, da ich gerade nichts machen kann Jetzt könnt ihr mich nicht abballern, ihr Idioten Guten Tag Guten Tag Hä? Ach, du bist da unten Ja, das hab ich gerade irgendwie komplett verpasst, ne? Soll ich runterkommen? So, jetzt hab ich den Kubus da hingelegt, ne? Und jetzt? Ah, jetzt müssen wir wieder nach da oben Also setz mal wieder hier hin Und hier hin Und hier hin Das heißt, ich muss auch runter, ja? Ja Und du? Ich glaube, jetzt ist nämlich die Tür offen Jetzt können wir nämlich rausgehen hier Endlich aus diesem Bugging-Level raus hier, ey So, der hat das aber noch nie gebackt, ey Ja, die Türen sind offen Ich bin als erstes durch Moment Jo, das war die erste Map Ich bewerte die mit einem Gut War eigentlich in Ordnung Ich auch Und dann begehen wir uns zur nächsten Testkammer Und das seht ihr dann gleich hier bei unserer Happy Hour Bis gleich, Freunde Tschüss Bis gleich, Tschüss Hallo, meine lieben Freunde Herzlich willkommen zu, ja Zum sozusagen zweiten Teil der ersten Happy Hour von Portal 2 Hier mit dem Atlas Hallo Der der TIE-Chef ist Und der TIE-Chef, der buggt aber ordentlich dicht bei mir Schlimmer wie gerade eben, ey Tür offen Welche Tür? Ach, die Nein, wir sind auseinander getrennt Wir sind getrennt Rette mich Okay, das bestätigt das da oben Und die andere? Öffne dich Meine Tür ist offen, juhu So, auch mein Tschüss Hä? Kommt's Stell dich mal auf die andere Plattform bei dir Achso, da geht die Treppe hoch Da geht die Treppe hoch? Ja, warte, dann muss ich mal kurz gucken, ob ich irgendwie einen Globus kriege Hier Bäh Aber sieht nicht so aus Ich guck mal bei dir Da geht die Tür auf Mach mal bitte meine Tür nochmal auf Ah, du kannst hochgehen, Junge Hä? Ja, weil wir zwei die Sachen aktiv... Warte, können wir zurück? Dann sollen wir da tauschen, damit die Leute das sehen? Oder... Ach ja, von da sehen sie es ja auch Ah, dann musst du mich nochmal zurücklassen Dann musst du mich nochmal zurücklassen Moment Ich kann ja nichts machen, du musst mich nochmal zurücklassen Okay, jetzt Echt, jetzt geh doch da hoch So 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 So, also ich... Ihr seht jetzt unten rechts den Teichef wieder zu Genau Müsst ihr jetzt, wenn ihr was sehen wollt Weil ich stehe jetzt nur dumm rum Viel Spaß Ja, jetzt brauchst du noch einen Kubus Nee, 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 muss mal gucken Ich glaub nicht, dass da der Kubus herkommt Oder ist da ein Kubus drinnen? Ja Wo ist ein Kubus drinnen? Da Wo? Da oben? Ja Aber wie komm ich da hin? Kannst du oben irgendeinen Schalter aktivieren? Äh, kommst du auf... Kannst du irgendeinen Schalter bei dir oben aktivieren? Moment, kommst du auf die Plattform? Nein, komm ich nicht hin Ich mein da unten Auf die hier? Ja Das war deine Treppe Nee, da Da komm ich nicht hin, da komm ich nicht hin Da komm ich nicht hin Habe ich doch gerade gesagt Gimala, du hast auch hinten bei dir einen Schalter da Ja, das Ding hier Auch nicht einmal Er geht das da auf Ja, nein, da hinten irgendwo Du Bauer, da hinten Guck mal, kannst du hier unten irgendwo Da Ah was Wann nochmal auf Wann nochmal auf Wann nochmal auf Geh nochmal drauf Bleib drauf stehen Hm Tadaa Hö, öh, öh, öh Ist denn, wenn ich jetzt runtergehe? Ne, ne? Ja doch, schon Weil wir brauchen den Kubus Wir brauchen den Kubus Luki Komm ich nicht rein Ist Gitter Und Wie ist damit? Wo ist das andere jetzt? Wie ist da auch Gitter? Das andere ist wieder hin Da ist überall Gitter hier Da ist das Gitter Da hätten es aber auch Gitter Das heißt, wir müssen mit Äh Was hab ich denn da jetzt aufgemacht? Ah, okay Pack das da hin Was? Wohin? Ja, da, da im Portal Und dann musst du unten wieder Musst du auf die Plattform gehen Und unten wieder im Portal reinsetzen Nein, das ist falsch Da unten Meinst du da? Da wo der Stahl hingemacht Nein Alter Geh wieder auf die Plattform Mhm Und da wo der Strahl herkommt Da packst du es Da unten packst du es hin Das Portal Geht nicht Warte, mach ich das Okay, warte Ich will nix Bleib drauf stehen Musst du jetzt arbeiten Ey, du sollst dich mich mitnehmen Nein Nein Besser Warte, ich steh drauf Ich warte, bis du die Portal aktiviert hast Sonst nimmt er dich wieder mit Gut Ah, warte Geht doch nicht Äh Ja, du musst das als erstes aktivieren Ja, ich hab nur gewartet, bis du das Da hinten weggenommen hast Wo der Kubus ist So, der Kubus muss jetzt zu dir kommen Nein Moment Nein, du musst ihn offen lassen Lass offen Hier, ich muss wieder da unten Ach, du musst den Kubus zu dich hochholen Ja, dann kann ich nämlich Das hier machen So, was ist jetzt passiert Moment Kannst du da jetzt irgendwie hin Ich guck mal grad an Wie ich die ganzen Viecher zerstöre Na Nee, nee, es bringt ja auch nix Wir müssen da ja irgendwie hin Was passiert bei dir dahin? Ja, du hast jetzt bei mir da ein Portal hingemacht Wo ich nicht durchkomme Ebenfalls nicht durchkommen Ich komme durch gar kein Portal, was du mir setzt Kannst du bei dir nicht da irgendwie ein Portal hinsetzen? Ja, doch Aber nur da Und ansonsten halt Da noch Wo? Ja, okay Geh mal die Strecke nochmal entlang Geh mal die Strecke nochmal entlang Aha, haha, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's Schlimm, weil meine Portale weg sind, ne? Ich hab, äh, ist doch nicht Die Tür ist zu, die geht nicht auf Ich hab ist doch nischt Scheiße Ach, ja Kannst du von, stopp, kannst du von da oben, wo du bist, da ein Portal hinsetzen? Nein Nee, muss schon herkommen Nein, kann ich nicht Leiste Glasscheibe im Weg Oh Da ist auf jeden Fall ein Knopf da Und die einzigste Möglichkeit Dies Zeig Oh, Moment Ich seh Keine Möglichkeit Kannst du da nicht runterspringen irgendwie? Ich könnte hier jetzt runterspringen, ich weiß nur nicht, wie ich wieder hochkomme Ah, jetzt bin ich runtersprung, Idiot Das heißt, du brauchst das Ding wieder, ja? Ja Aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wie ich dann da wieder hochkomme Ach, lauf ordentlich Das ist halt mein Problem Also du bist wieder oben, ja? Was hab ich denn bitte mit dem Kubus aktiviert? Oh, Blatt spielt Lego Star Wars Saga Äh, tu mal drauf Ich hab das Saugding aktiviert, ne? Ja Ja siehst du, dann brauch ich den Kubus ja jetzt eigentlich nicht mehr Ja, Frage ist nur, wie komm ich da rüber Komm runter Bei dir oder? Nein, komm da hinten runter Da hinten runter Mal treppen Hol mich mal wieder raus Äh, ist der Kubus kaputt? Nein, der ist noch heile Wenn du durchgehst, ist der Kubus kaputt Da ist ne Wand Geh los, mach rauf Da ist eine Wand Ja und? Oder so So kann ich nämlich auch gucken, kommst Ja, dann mach'n Stopp, komm mal zurück Geh du mal auf das Portal kurz, also auf die Da drauf Durch Ha, stell du dich mal kurz drauf Nix Oh mein Gott Wir sind schon dämlich, oder? Warum? Jetzt überleg mal Lass mich wieder rüber Lass mich mal wieder rüber Ach warte, wir kriegen den Kubus ja nicht rüber Genau Aber irgendwas Warte mal Aktiv, geh mal auf diesen Schalter hier Moment So warte, wir machen mal kurz unseren 10 Minuten Cut Bis gleich, Freunde Tschü Jo, gleich, tschü So, wieder zurück Wir sind hier immer noch am Rätseln Ich hab echt null Plan, da kommen wir nicht durch, oder? Da öffnet sich nur das Aber sonst passiert da nichts Was ist hier mit dieser Wand? Geht die auf? Weil die sieht so verräterisch Jetzt ist diese Kackwand noch nicht aufgegangen Es gibt nur eine Möglichkeit, mal ne Runde Da runter zu springen Also, ähm Da Ist was aufgegangen? Was bist du? Nochmal Irgendwas geht auf Drehe dich mal um Guck hoch Guck hoch Guck hoch Die Wand ist noch zu Genau Ich frage mich, wofür das Ding überhaupt ist Das soll nur ein Feuerlöscher sein So ein Wasserding Was passiert, wenn ich jetzt hier einfach mal runterspringe? Keine Ahnung, wirst du wo wahrscheinlich Oder wir tauschen mal Lass mich mal da hinten rein Du willst da hinten rüber? Ja Bitteschön Bitteschön Ach herrje, wahrscheinlich haben einige schon die Lösung raus Wissen sie das? Und wir grübeln hier immer noch rum Du bist so zwei Idioten, ne Ich würde gerne einmal Da hoch Da musst du die unten im Portal setzen So Warte mal Oh mein Gott Ich wüsste Ich wüsste, wie du rüberkommst Ich wüsste, wie du rüberkommst Okay Dafür will ich gerne, dass du mich bestimmt wieder zurücklässt, richtig? Ja, ich will, dass du wieder zurückkommst Ich hab's grad auch gemerkt Komm zu Papa Nein, ich komm eher zu Mama Tag Mama Gut Jetzt darfst du, mein lieber Freund Darfst du da runterspringen Spring runter Aber warte mal nicht runterspringen Zu spät Oder warte doch Warte, ich wohle ich Kommst du hoch? Gut, so Jetzt setzt da oben Das Portal Nein, nicht getroffen Nicht getroffen Getroffen Und jetzt unten bei dir Hast du? Loslassen Geht nicht, dann geht das Portal weg Du musst rausspringen So, und jetzt Warte Und Ne, dann geht das Ding zu Äh, mach mal auf Das Portal ist dann auch weg Ach, wir sind immer noch so zwei dummen Dösel, Alter Ich komm doch Ich wech's nicht wieder rüber Du musst wieder rüber Aber erstmal musst du hier hoch Okay, wir sind da oben Hab ich auch bemerkt Du gehst wieder rüber? Ja, und dann hoch, ja? Ja Okay Jetzt häng ich in der Tür Jetzt ehrlich? Ja Ich kann mich in keiner Richtung bewegen Ah, danke No problem So Dödym hat's jetzt gemacht Was war das? Ich hab grad ein Portal gesetzt Ja, bei irgendjemand war es so ein Dürrünner. Ich glaube, irgendjemand ist online gekommen bei Skype. So. Dann komm hinauuu. So, stell dich bitte auf das Portal. Dies da. Dies da. Dies da. Dies da. Was ist jetzt... Hä? Geh nochmal drauf. Der Laser ist aktiviert. Und das Ding ist aktiviert. Der Laser ist aktiviert. Und das Ding ist aktiviert. Aber wo könnte der Laser hin? Ich habe jetzt eine neue Wand. Oder war die vorher auch schon wieder? Nee, die sehe ich auch zum ersten Mal, die Wand. Ich gucke da ja gerade hin. Das ist es, ja? Ah, warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, ach, ach. Du musst den Kubus von unten jetzt hochholen. Den Kubus von unten hochholen. Ich bleibe jetzt hier drauf stehen. Äh. Einfach runterrennen. Und wieder unten, da unten wieder das Portal. Oder ist die Tür nicht offen? Nö. Shit. Dann warte, dann muss ich mich eben töten. Oh nein. P-Body ist gestorben. Ey, stopp. Lass mich hier ruhig stehen. Ich hätte gerne nochmal oben. Ja, nimm den Kubus aber mit. Brauchen wir den Kubus nicht? Ja, den brauchen wir. Den brauchen wir. Was dafür war der Kubus nur? Nimm den Kubus mit. Zack. So, ich steh oben drauf. Die Tür ist jetzt aber dauerhaft auf da hinten, oder? Da. Die hier, meinst du, ja. Gut. Folgendes. Äh. Den Kubus, ne? Hast du dir jetzt momentan noch was drauf stehen? Nein. Weil hier ist dieses Ding komplett offen. Durchgehend. Welches? Hä? Kubuck. Ja, okay. Das Ding hier leuchtet permanent. Weil, die Wand da oben. Moment. So. Die Wand da oben. Äh. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ich habe auch keinen Plan. Ich glaube, die Map hat einfach nur ein Fail. Wieso kann ich das? Achso, ich muss durchspielen. Ach, Kubus. Okay, ist beides aktiviert. Fragt sich jetzt nur... Soll ich kurz zu dir rüberkommen? Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Ja? Gut. Komm zu mir rüber. Hallo. Guten Tag. Ich bin auf die Plattform. Ohnchen. Alter. Komm du auch durch. Die Laserstrahl habe ich ja mit, äh, dem Roten. Komm, rüber. Äh, ich habe lediglich mein Portal. Das kann ja aber immer wieder. Au, 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 au. Das ist so freundlich und setzt da oben ein Portal hin. Hey, hallo. Moment. Geht's mal. Geht's mal. Ja, ja, mach ich gleich. Ach du Kack. Was? Ja, und jetzt noch hier unten eins, damit ich da hochkomme. Damit ich da hinten hochkomme. Ich will da auch hier drinnen. Okay. So? Wieso haust du mich denn jetzt nicht hoch? Der haut mich partout nicht hoch. Geht doch. Kannst du das Portal noch ein bisschen weiter rübersetzen? Komm. Also was soll ich denn die Ecke setzen? Bin oben. Hm. Problem. Du musst auch rüberkommen. Du musst auch hochkommen. Ach du. Geht's dann. So, jetzt stell du dich da drauf. So, und jetzt? Ah, warte. Erstmal hier drauf. So, und jetzt? Geh du mal runter da. So, du gehst jetzt unten als erstes durch. Nein, 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 nein. Geh du unten als erstes durch. Also da hat mich. Und dann... So, wir brauchen jetzt noch Mond. Dafür brauchen wir den Kubus. Wir brauchen den Kubus. Michelle, du musst dich... Mach mal hier... Äh, hier Portal. Und da... Ah, warte. Und da oben Portal. Ah, warte, nee. Wir müssen beide rüber gehen. Beide rüber gehen. Moment. Lebst du noch? Ja. Mal rüber. Bist du sicher? Theoretisch schon. Weil, wenn wir den jetzt hier runternehmen, wie wollen wir rüberkommen? Du opferst dich? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kubus. Äh, wenn ich mich opfer, komme ich gar nicht wieder hier hin, ne? Ja doch, unten durch. Problem ist nur, dadurch ist jetzt... Ah, scheiße, wir müssen nochmal zurück. Das Portal da unten steht noch. Mach hier auf. Ah, vier Kessel hier weg. Was habe ich jetzt aktiviert? Hä? Setz du mal da oben dein Portal. Und da unten. Nein, nein, nein. Ja so, geh jetzt mal durch. Geh mal durch. So, was ist da oben? Welche Schleute aktivieren? Dann weiße Fläche. Es wird definitiv ein Kubus. Komm da unten mal wieder weg. Ja, unten oder da oben? Geh doch mal bitte durch, äh, durch die, das eine, durch die eine Tür da hinten. Zur Tür, wo wir hin müssen. Geh da mal bitte hin. Was ist... Genau, was ist das eigentlich, wenn du da drauf gehst? Ich will nicht durchgehen. Dann geh ich mal eben kurz da drauf und du gehst mal durch die Portale durch. Gut. Bist du da drauf? Ja. Ach so. Damit wir da rüber geschossen werden. Das ist das für ein... Das ist das Ding. Nein, nein, nein. Dann dreh dich mal um. Zur Tür. Zur Tür, wo wir hin müssen. Da hinten ist sie. Was sind da für Zeichen? Fiek und Mond. Fiek und Mond. Ja, Fiek und Mond sind aktiviert. Äh, Fiek ist aktiviert. Mond ist noch nicht aktiviert. Dazu müssen wir da... Ja, aber wir brauchen ja dann noch einen Kubus. Jetzt ist aktiviert. Ja, komm nochmal zurück zu mir. Ich glaub, dann... Äh, jetzt lass mich doch mit Brüi. Vielleicht können wir sogar dann... Ja, aber so wie es aussieht, müssen wir das hier wahrscheinlich vielleicht cutten. Ey, ich weiß nicht. Mach da mal eben kurz Portal hin. Und dann da oben hin. Ah, du musst dich hier eben hinstellen. Mach dann nochmal da das Portal hin. Stell dich mal eben kurz da hin. Mach das Portal da hin. Wenn man hier steht, sieht man das gar nicht direkt. So, warte. So einfach kann man natürlich auch da hochkommen. So, zurück. Das heißt, ich muss als erstes durch. Ja, du musst als erstes durch. Ja, wenn gut ist. Dann machen wir auch hier Cut, dann ist das hier die erste Happy Hour auch rum. Für Portal 2. Weil noch ist vier nämlich aktiviert. Lass mich durch. Wenn noch das aktiviert. Beide sind da. Und durch. So. Jetzt beim Mies, wenn du, äh, wenn ich gerade durchgegangen bin, auf einmal, dass das Fierk nicht mehr aktiviert. Und du bist noch nicht durch. Ah, haben wir es endlich hinter uns, ey. Ja, sie kriegt einen Daumen hoch. Die kriegt von mir auch. Ja, und dann, Alter, wie guckt ihr die mal an, wie die aufgebaut ist, ey? Hm. Extrem leckiger. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Stunde wieder. Versteht ihr? Aha, Stunde. Ja, und damit würde ich sagen, bis Samstag dann. Tschau, Freunde. Ja, ich, ähm, Moment. Äh, sag dann auch mal bis zum nächsten, ja, Stunde am Samstag. Und bis dahin. Tschüss.